Und noch 100 Meter bis zum Start. Und der dritte Vorlauf zum Trotto.de, deutschen Traverderby ist gestartet. Die Nummer 3, das ist rot, die 3, rot. Und an der Innenkante findet Camille Kibitzhof eine Lücke. Im ersten Bogen sieht man Indigis mit gut zwei Längen an der Spitze vor Camille Kibitzhof. Dann folgt an der Innenkante Lindo Eden. Die erste Zwischenzeit ist 12.03. Und es geht auf die Tribünen gerade. An der Spitze weiter Indigis wird jetzt außen bedrängt durch Mr. John Dichter hinter Camille Kibitzhof mit Arrestipin. Fünfter Platz für Lindo Eden. Dann sieht man Iron Steel außen begleitet von Sermichel und am Schluss des Feldes Eskimo Joe. Noch eine Runde bis zum Ziel. Die nächste Zwischenzeit ist 23.05. Und es geht in den Trotto.de-Bogen weiter unter Führung von Indigis. Und dichter hinter Camille Kibitzhof und Mr. John. In der Außenspur in seinen Windschatten sieht man Arrestipin. Und an der Innenkante Lindo Eden, dann Iron Steel mit Sermichel und am Schluss weiter Eskimo Joe. Indigis führt durch den Bogen. Liegt mit zwei Längen vorn vor Camille Kibitzhof außen Mr. John. Vierte Position weiter für Arrestipin. Und die nächste Zwischenzeit ist 19.03. Keine Verschiebung im Feld gegenüber Indigis in vorn mit knapp zwei Längen. Weiter vor Camille Kibitzhof mit Mr. John in zweiter Spur. Vierter Platz für Arrestipin. An der Innenkante Lindo Eden aus dem Sermichel. Am Schluss Iron Steel mit Eskimo Joe. Ende gegenüber weiter in Indigis in vorn. Beschleunigt. Liegt jetzt mit drei Längen vorn. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Indigis zum Schlussbogen mit drei Längen. Vor Camille Kibitzhof. Mr. John baut ein bisschen ab. An der Innenkante Lindo Eden. Arrestipin ist dabei und Sermichel. 13.03 ist die Zwischenzeit. Und Indigis kommt jetzt mit der Führung auf die Zielgerade vor Camille Kibitzhof. Indigis in vorn. Camille Kibitzhof dicht dabei. Und Camille Kibitzhof wird herausgenommen. Versucht noch zu attackieren. Aber Indigis ist zu weit voraus. Die Nummer 7.0. Indigis ganz leichter Sieg für Indigis. Zweiter Platz für Camille Kibitzhof. Und dritter wird Lindo Eden. Platz vier für Mr. John. Und fünfter wird Arrestipin. Und fünfter wird Arrestipin. Sieg am dritten Vorlauf zum deutschen Traber-Debby 2012. Die Startnummer zwei Indigis mit Erik Adjelsson. Zweiter die fünf Camille Kibitzhof und Hugo Langeweg. Und dritter die acht Lindo Eden mit Roland Hülskert. Vierter die vier Mr. John. Und fünfter die sechs Arrestipin. Und filter die Предhalte. Und da war in diesem Kasher Runderschlônich. Anmerich energy. Soc light des Schmerz.